Schönen guten Tag, mein Name ist Daniel Kohl, ich bin der Produktmanager der Bavaria Yachtbau und würde Ihnen gerne heute drei unserer neuen Cruiser vorstellen, die 37, die Cruiser 41 und die Cruiser 46. Zusammen mit dem Konstruktionsbüro Fahrjachtdesign in den USA und Design Unlimited aus England haben wir die Formsprache der Bavaria überarbeitet. Charakteristisch für das neue Bild der Bavaria Boote ist eine Verbindung aus Dynamik und sehr modernen Formen. Ich würde Sie gerne jetzt einladen mit mir an Bord zu kommen und sich die Details der einzelnen Boote genau anzuschauen. Die Cruiser 41 ist die Weiterentwicklung der Cruiser 40. Ich möchte Ihnen jetzt einige Details vorstellen, die wir übernommen haben und einige Details natürlich, die wir weiterentwickelt haben. Übernommene Details sind wir hier bei der Badeplattform. Diese große Badeplattform lässt sich ganz einfach mit wenig Kraft öffnen und schließen, indem ich hier ziehe und sie schließe. Das Cockpit der Cruiser 41 läuft nach hinten weit aus. Dies gibt dem ganzen Cockpit sehr viel Luft und Freiheit. Natürlich auch Bewegungsfreiheit. Unterstützt wird das durch die Form des neuen Cockpit-Tisches. Dieser gleicht sich den Konturen der Cockpit-Bänke an, läuft hinten weiter aus und beherbergt Kompass und Plotter. Neu auch die Sitztiefe. Die Sitztiefe ist vergrößert worden mit dem Hintergrund, dass man hier sehr bequem auch in der Sonne liegen kann. Die Höhe des Süls gewährleistet viel Komfort beim Anlehnen. Auch neu die großen Backskisten-Deckel. Diese lassen sich leicht durch die Gasdruckdämpfer öffnen, leicht befüllen und entleeren. Ich denke dabei vor allem an eine Rettungsinsel. Im hinteren Teil des Cockpits sehen wir sehr leichte und filigrane Steuersäulen. Diese unterstützen natürlich dieses leichte und offene Gefühl. Die Steuersäulen beherbergen auch ein neues Steuersystem, ein Seilzugsteuersystem. Auch neu die Backskisten. Hier im hinteren Teil, Backbord und Steuerbord. Sehr tief und groß und mit dem tollen Feature, dass diese Einsätze hier rausnehmbar sind. Somit komme ich leicht zu meiner Steuereinlage, um diese zu warten und zu servicen. Im Vergleich zum Vorgängermodell Cruiser 40 sind charakteristische Merkmale für das Design das längere Vorschiff, die durchgehenden Linien, mehr Seitendeck, ein verhältnismäßig niedrigerer Decksaufbau, der auch eine zusätzliche Luke hier vorne beherbergt und selbstverständlich die großen, lang durchlaufenden Fenster. Schönes Detail, der neue Ankerbeschlag. Dieser hat zwei zusätzliche Funktionen, einerseits eine Trittstufe, andererseits den Beschlag, um den Gennacker anzuschlagen. Im Vergleich zu Cruiser 40 auch neu, der Ankerkasten. In diesem finden wir die Ankerwinsch. Die Cruiser 41, auf der ich mich jetzt befinde, ist eine Drei-Kabinen-Version mit zwei Toilettenräumen. Einmal hier zentral im Salon und einmal hier hinter mir in der vorderen Koje. Die Holzfarbe ist eine Eiche mit viel Massivholz. Dieses ganze Boot gibt es auch natürlich in anderen Holzkombinationen. Teak und Mahagoni stehen dort zur Verfügung, kombinierbar mit verschiedenen Polsterfarben. Im Vergleich zu Cruiser 40 hat die 41 sehr große Panoramascheiben und eine zusätzliche Luke oben im Deck. Durch dieses wunderbare Licht, was wir hier in den Raum bringen, unterstützen wir natürlich das Raumgefühl und schaffen eine Verbindung zwischen draußen und drinnen. Drei-Kabinen heißt für sechs Personen Lebensraum schaffen. Boote dieser Größe haben normalerweise hier auf Steuerbord eine L-Küche. Wir haben uns dafür entschieden, mit einer geraden Küchenzeile auf Backbord das Layout zu gestalten. Dies hat folgende Vorteile. Ich generiere in der Küche wesentlich mehr Stauraum. Gegenüber von der Küche kann ich eine wesentlich größere Sitzgruppe konstruieren. Das hat den Vorteil, dass hier wirklich sechs Personen komfortabel zum Essen sitzen können. Und bei diesem Tisch ist es auch möglich, den Essenstisch umzuwandeln in einen Kaffeetisch, um somit der ganzen Sitzgruppe auch mehr den Sofa-Charakter zu geben und hier unten auch wirklich mehr Freiheit und Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Ich befinde mich jetzt in der Masterkabine im eigenen Vorschiff. Wir haben hier eine sehr schöne Balance zwischen dem Raum-Salon und dem Raum-Kabine gefunden. Beweis dafür ist, dass das Bett hier unglaublich groß für die 40-Fuß-Klasse ist. Neben dem haben wir unter dem Bett viel Stauraum generieren können und ein Schubfach bzw. Klappe, um hier unten auch noch Sachen unterzubringen. Hinter mir befindet sich ein Schrank für zwei Personen und gegenüber von dem Schrank der Toilettenraum mit einem Waschbecken, Toilette und selbstverständlich auch einer optionalen Duschfunktion. Qualität steckt im Detail und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Wir versuchen uns sehr zu bemühen, hier immer besser zu werden und immer neue Wege zu finden, die Qualität zu erhöhen. Gutes Beispiel. Ich zeige Ihnen mal, wie wir die Böden bei Bavaria bauen. Wir bauen die Böden mit doppeltem Sperrholz. Das heißt, dieser Boden liegt auf einem weiteren Boden und ist fest miteinander verbunden. Dies gewährleistet nicht nur, dass der Boden sehr stabil ist, sondern zum anderen auch, dass der sehr ruhig ist. Also wenn Sie mit diesem Boot durch wirklich Wellen oder schwere See fahren, werden Sie hier unten fast kaum Geräusche hören, was untypisch ist für Yachten, aber sehr schön ist. Zum anderen geben diese Deckel auch überall guten Zugang zu den Unterteilungen in der Bodengruppe. Diese Unterteilungen sind, und das ist ein Sicherheitsfeature, auf welches wir auch sehr großen Wert legen, miteinander durch Lenzrohre verbunden. Das heißt, sollte mal Wasser hier eintreten, kommt das Wasser auch schnell da an, wo es hingehört, und zwar bei der Lenzpumpe. Zum anderen, dafür sind wir ja auch bekannt, haben wir immer einen sehr guten Zugang zum Motor, damit man hier Service- und Inspektionsarbeiten schnell und einfach und unkompliziert erledigen kann. Dies gewährleistet hier durch den Zugang durch die Treppe und zum anderen durch die beiden Öffnungen in den jeweiligen Achterkabinen. Wir haben die Cruiser 41 bereits in der Grundausstattung sehr umfangreich spezifiziert. Dies bedeutet, dass Komfortfeatures wie LED-Navigationslichter, Verdunklung an den Luken, AGM-Batterien, Luken in den Seitenfenstern und vieles, vieles mehr bereits im Standard inbegriffen sind. Und das selbstverständlich in der hohen, bewährten Bavaria Bauqualität. AGM-Batterien